Wenn man wirklich etwas in der Welt erreichen möchte, braucht man Fokus. Ich habe mich dann quasi von unten nach oben gearbeitet, wo ich jetzt bin. Man darf keinen Fehler machen wie 15 Stundenrennen, speziell bei diesen Rennen. Weil die Konkurrenz ist so extrem nachvollsam. Da entscheiden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage. Fokus ist für mich, dass man keine Fehler macht und sich hundertprozentig auf die Sache konzentrieren kann. Im Auto, wenn man sitzt, schaut man quasi immer nach vorne und man blendet quasi alles aus. In diesem Tunnelblick kann man sich am besten dann fokussieren und seine Leistung abrufen.